Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und sagte mir Dinge über mich, die sie nicht wissen konnte Ihr Anblick soll recht ansprechend sein Es ist so hübsch ihr zweites Gesicht Ich empfange eine mentale Übertragung Sind sie aus dem Orient? Aus Fernost? In Anbetracht der Tatsache, dass du Weiling Su bist, ist das verdammt beeindruckend Sie sind eine clevere kleine Schwindlerin Und sie wollen mich austricksen, um zu erfahren, wie ich die Leute betrüge Stanley glaubt nicht an Spiritisten, er hält euch alle für Halunken Sie ist doch ganz angenehm Schwindlerin, hin oder her? Meine mentalen Bilder sind umwölkt Sind es Kumulus oder Zeruswolken? Sie machen sich über mich lustig Mr. Tepplinger ist ganz schön widerwärtig Aber nicht ganz unattraktiv Ich hörte, sie veranstalten heute eine Seance Die Planeten stehen gerade im Einklang Ich rufe nun die unsichtbare Welt Gib uns ein Zeichen Je länger ich sie beobachte, umso ratloser bin ich Ist sie doch echt? Ich zweifle langsam an meinen Verstand Du warst dir immer so sicher in Bezug auf die Welt Und ich wollte dir stets vermitteln, dass wir nicht alles wissen Erzählen sie mir was über die bunte Vergangenheit meiner Tante Vanessa Ich sehe ein Mitglied des Parlaments Weiter? Eine Liebschaft Sie können das unmöglich wissen Ich bin überwältigt, Sophie Ich hätte nie gedacht, dass sie so hübsch aussehen kann Ich habe ewig geglaubt, diese öde Realität ist alles, was es gibt Aber sie sind der Beweis Es gibt mehr, mehr Mysterien, mehr Magie Wir werden sterben! Laufen Sie! Ich war als Junge oft hier mit meiner Tante Man kann das Dach öffnen und ins Universum sehen Bedrohlich Das finden Sie bedrohlich? Ich finde das sehr romantisch